So, Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Bist du gerade am starten, oder? Ich bin wieder nicht alleine. Ja, ich habe gerade angefangen. Ja, der kleine Gewahr ist dabei. Ja, mal wieder. Letztes Mal hatten wir ja da dieses Battle gemacht. Das müssen wir auch unbedingt wieder machen. Das schwirrt mir die ganze Zeit seitdem im Kopf rum. Dass wir da mal wieder sowas machen. Oh ja. So, ich weiß nicht, siehst du das hier in dieser Richtung, so circa in 5,4 Kilometern Entfernung, so Scouting-Outpost. Outpost, ja. Hast du Gasflaschen? Nein. Oh, nein, nein. Ich habe da noch gar nichts. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal Gasflaschen machen. Ausstellungskomponenten brauchst du noch? Egal. Nimm mich mit. Nimm einfach. Eins. Das findet du darfst behalten, oder? Ja. So, ich habe mal vier Stück für dich gemacht. Achso, wir bräuchten vielleicht Waffen, ne? Ja, vielleicht ein Vorteil, ja. Ja, ich denke auch. Warte mal. Welche nehmen wir denn? Ah, ich habe gar keinen Zugriff, gell? Bei dir da. Achso, echt? Wo denn gebe ich dir gleich? Ah, doch, habe ich. Doch, alles gut. Was da mal wieder bis in die Steuerung kommt. Ja, es ist halt nur, wenn du so lange nicht zockst, dann merkst du das halt wirklich. Ja. Ist gut, dass ich wenigstens einen erfahrenen Spieler, so wie dich habe. Das denkst du. Ja, das denkst du. Erfahren. Ja, 38 Stunden auf Steam. Ich lasse einfach nur, weißt du, ich habe das angeschmacht und ich lasse es einfach nur laufen die ganze Zeit. Ich zock da gar nicht. Aha, so wie ich. Das finde ich gut. Ja, ich booste einfach die Spielzeit. Oh, äh, habt ihr jetzt die Automatik-Rifle? Ja, ja, die war für dich. Ich habe mir eine schon genommen. Ich glaube, ich habe jetzt 30 oder 40 eingestellt. Können wir dann teilen gleich. Ich habe jetzt mal 12 genommen. Ja, das, das sollte ja passen. Ich muss mir auch gleich noch welche holen. Welche holen. Weil die brauchen wir auf jeden Fall, wenn das diese eine Außenposten ist, den ich kenne oder die ich schon mal gesehen habe, so eine Art, dann sind ja etliche Geschütze ringsherum. Ja. Was ist die Raffinerie? Wo hast du denn du denn Oxygen-Rater? Ähm, unten im Keller. Oh, oh. Jetzt muss ich wieder da runter. Ja, warte, ich komme mit. Ich muss da auch hin. War da hinten, oder? Mhm. Ach so, ja, da kannst du auch rein. Genau, da geht's auch. Wo denn sonst? Direkt bei der Basis. Noch so eine kleine Eingabe. Ah. Weil hier ist ein Tank, da kannst du direkt die Gasflaschen reinschmeißen. Ah. Müsste auch eigentlich noch was drin sein, bin ich der Meinung. Ja, perfekt. Yay. Dankeschön. Ah, kein Thema. Ah, kein Thema. Dann noch, aber fehlt. Nummer eins. Irgendwie wäre so eine Panzerung nicht schlecht, dass man sich irgendwie so einen gepanzerten Anzug basteln könnte. Das wäre geil. Das wäre geil. Oh, ja. Dafür könnte man einen Panzer bauen. Ah, da ist der Ausgang. Ja, stimmt. Das könnte man auch machen. Ja, da ist der Ausgang. Ja, da ist der Ausgang. Ja, da ist der Ausgang. Ja, ich habe jetzt 300 Schlag mit Totschuss. Also... Gute Höhe. Ich habe da zwölf Magazine. Hier hat es noch 26. Dann nehme ich da noch... Du hast 6 Zollten reichen. Ja, nimm ruhig. Immer ran. Röst... Röst ist für dich. Ja, ich habe jetzt ein bisschen über 600, so wie ich das sehe. Wissen Sie, was habe ich? Ich habe... Ich habe... Ich habe 540. Ah, passt doch. Ah, ich bin ein bisschen ein schießwütiger Zwerg. Sehr gut. Ja, 800 Zollten reichen. Hier drüben. Hey. Ich bin blind. Ah, da. Hey. Yeah. Müssen wir bloß aufpassen. So ab 700, 800 Meter sind wir in der Schussreichweite von denen. Ja. Streaming. Ja, hier links wird auch noch irgendwie Junk angezeigt. Na? Ich habe... Ich habe... Du bist schon bei mir, gell? So. Achso, ich bin in die Richtung weiter geflogen. Gut. Ja, da bist du wieder. Ah, da oben war ein schwarzer Runk. Ja, so innerhalb von 200 Metern sehen wir uns halt nur. So, ich bin jetzt bei 1,5 Meter. Äh, Kilometer. Ah, ich lande bei so einem Kilometer, lande ich hier vorne. So. Ja, komm, ich komme auch. So, so, so. BAM! Sehr schön. Oh. Sauerstoff? Äh. Achso, J musst du drücken. Also, J musst du drücken. Damit das Visier aufgeht. Damit das Visier aufgeht. Ja, J. Nicht da. J. So lange her, ne? Extrem. Was ich noch weiss, ist beim Blockdreh, da hat man ja die Home und Page Up und Page Down-Taste. Mhm. Aber weiss ich noch, dass ich immer aus Versehen auf den Ausschalter gekommen bin. Mhm. Okay. Oh ja, ich glaube, dass diese eine Basis, die dort... Oh ja, ich werde beschossen. Ja, 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 ja. Ah. Hast du sie überlebt? Ja. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Lauf. Lauf. Ja. 38 Leben habe ich noch. Äh, muss ich zurück und müssen uns erst mal heilen. Lass mal heilen. Folge mir nur völlig, mein kleiner Freund. Ja, Baum. Du lebst aber noch, ja? Ja, ich liebe ihn noch, ja. Sehr schön. Jetzt, jetzt siehst du dich nicht mehr. Du bist da. Ey, ist das schwer, dir zu wollen. Und da sehe ich dich schwarzer Punkt am Horizont. Ja, ich warte. Jetzt siehst du, bist du weg. Ah, da, da. Ah, da, da, da. Ich sehe. Habe ich investiert? Ja, ich merke, dass hier schimmelt es die ganze Zeit um mich drum rum. Ja, ich bin da. So, ich glaube hier vorne. Ja, ich glaube hier ist es. Ah ja, da ist es. Hast du keine, keine Antenne gesetzt? Nee, weil die Motz, die ich drin habe, ist so, dass die Gegner, ähm, es gibt so ein paar Fraktionen, die reagieren auf Antennensignale und gehen denen nach und, ähm, kommen dann hin und brandschatzen und plündern und so. Ja, deshalb habe ich meine Antenne deaktiviert. Ja, ist von Vorteil, wenn du so machst. Aber du hast ja auch ein schönes Geschütz da oben drauf. Schön orange. Ja, aber ich weiß gar nicht, hat das Munition drin? Das ist jetzt gerade, bringst du mich drauf, habe ich da wo was reingepackt? Ja, hat es. Ach Gott. Aber ich glaube nicht, dass das lange aushält. So, achso, Lebensenergie, warte, ähm, habe ich nicht ein Survival-Kit irgendwo gehabt? Hm. Äh, war das vielleicht unten? Ja, das kann sein. Wo ist denn jetzt wieder der Abgang? Ja, hier ist es ja unten. Ach, da ist es ja unten. Wie machen wir das? Müssen wir uns irgendwas basteln, hä? Sehr wahrscheinlich, ja, etwas mit, äh, schwerer Panzerung vielleicht. Ja, die braucht extrem viel Panzerung, nicht? Wobei, habe ich noch das Scharfstützen-Gewährd? Wunderbar, warte mal. Ja, habe ich noch. Ja, habe ich noch. So, so ein kleines Mini-Schiff irgendwie mit dem Sniper drauf? So ein kleines Schiff machen oder ein Fahrzeug? Hm, wir könnten, ähm, ich habe doch diese Mod mit den Hoover-Platten, dass man halt diesen, so einen Schwebepanzer machen kann. Dann, dann machen wir sowas. Sowas. Ja. Aber ich glaube, ich habe keinen Uran. Ich habe keinen Uran. Hm. Sonst? Suchen? Suchen, nicht gefunden. Nein, Uran gibt es nicht mehr auf dem Planeten. Nicht mehr? Oh, okay. Ja, Platin und Uran gibt es nur noch im Weltall. Äh. Aber wir könnten, warte, wir machen das einfach so, wir setzen hier einen Verbinder an die Basis ran und bauen an diesen Verbinder dieses kleine, diesen Hoover-Tank dran, dass der sich dann die Batterien aufladen kann von der Basis. Oder so, das wäre auch eine Idee, ja. Dann betreiben wir die nur damit. Ja, ja. Oder drei oder vier. Oder drei oder vier. Würde ich sagen, macht jeder einen Hoover-Tank? Ja. Ja, ne? Ja. Ich suche mal eine Schnicke. So eine richtig ätzende Farbe aus. Mal gucken, was können wir machen. Uh, ja. Gut, wenn, wenn wir, wenn wir von der Entfernung, dann reicht leichte Panzerungelung. Ja, ne? So. Achso, habe ich gar keine Stahlplatten dabei? Achso, nicht, so habe ich alles weggepackt. Bäh. Aha. So. Lodge-Kiff. Armored-Half, okay. Ich kenne mich da null aus mit den Hoover-Tank. Ähm, warte, ich ruf mir das mal auf. Ausprobieren. Hoover. Du brauchst eigentlich nur dieses, ähm, 1x1, was du hast, diese runden Platten zum Schluss. Small-Kiff. Mhm, genau. Ähm, eins von denen. Also machst du halt so zwei, drei Stück drunter oder vielleicht vier, sodass du gleichmäßig verteilst. Und das reicht dann schon aus. Meinst du das Small-Kiff, das runde oder die sternförmige? Das ist eigentlich egal, aber ich würde eher das runde nehmen, weil da brauchst du weniger Sachen. Das ist weniger Sachen. Ja, rauche ich. Äh, wir könnten auch Solarzellen machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob die genug bringen. Nee, machen. Machen wir mit einer Verbindung. Ja, ich geh, glaube ich, am schnellsten, ne, vom Aufladen her. Mhm. Wie gesagt, Piddy nicht einfach, ne? Wenn du irgendwas brauchst, nimm. Ich werde das noch bereuen, glaube ich. So alles gepühlt nachher. Äh, wo hast du Stahlplatten? Weiß ich gar nicht, ob da noch welche sind, aber es müssten eigentlich genug Ressourcen da sein zum Herstellen. Nein. Okay. Vielen Dank.